hallo zusammen und herzlich willkommen hallo wir möchten uns bei allen bedanken die uns fleißig abonnieren und auch liken dann haben wir uns eine drohne gekauft mit dieser ist unsere erste drohne wir haben sie schon mal hier im wohnzimmer kurz fliegen lassen auf 1 meter 20 höhe nur ist nichts kaputt gegangen und wir würden das dann weiterhin fleißig üben und wenn man dann im märz mitte märz mit unserem wohnmobil losfahren mit unserem wali wird man dann mit dieser drohne für euch bei uns für alle aufnahmen machen filme also videos und fotos und diese dann hochladen und hoffen euch dass sie dann euch gefallen was ja auch was ich euch noch sagen wollte genau dass wir jetzt ab februar mit ende februar ich einen termin habe noch mit unserem wali in der werkstatt nach dem bad krotzing ist das und dort wird man unser wohnmobil vorstellen also einfach um zu schauen ob das mit der batterie zum beispiel der lithium batterie lithium batterie bauen wir ja ein was wir euch das im ersten video gesagt haben und auch den ladebooster und wechselrichter und das und dann müssen wir erst mal schauen wo das überall platz hat und ob das so wie wir uns das vorstellen auch geht da wird man euch dann noch den später wieder berichten davon wie das alles ist und wann wie es weitergeht ansonsten bis dahin bedanken uns auf alle fälle für eure geduld im märz und würden euch dann halt die videos von unserer vergangenen reisen einfach weiterhin zeigen und hochladen die bilder videos und hoffen dass sie euch gefallen wenn ich könnte auch kommentare darunter schreiben wir beantworten euch die fragen auch wo das ist das haben wir jetzt natürlich bei denen wie du es noch nicht drin aber das machen wir dann immer mit der drohne fotografieren oder beziehungsweise film und dass man auch die gps daten auch dazu machen damit ihr wisst wo es dann ist und dann auch mal hinfahren können bis dahin dann tschüss